U-Hops, U-Gons, passt alles soweit? Hm... Okay... Einfach nur ums getan zu haben, nehme ich nen Ratz-Ratz mit. Ne, nehme ich nicht. Und Trainerkarten habe ich auch nix anständiges... Was... was macht Detektor? Sorry. Ja, nehmen wir mal Detektor mit für den Notfall. So... Probieren wir mal neu. Achim! Ausgrabung-Deck. Das ist ein Ausgrabung-Deck. Jetzt kommt's. Nidoran. Das finde ich schön. Noch Nidoran, das finde ich auch schön. Sonst habe ich nix mehr. Okay. Okay, nur drei Preise. Gut. Nidoran finde ich auch sehr schön. Pflanzenattacke auf Nidoran. Ähm... Entwickeln wäre jetzt... Doof, habe ich recht? Ja, habe ich. Ha, wie hätte es auch anders sein können. Ähm... Dann würde ich sagen... Probieren wir mal ein gefährliches Horn. Oh, schade. Das wäre jetzt schön gewesen. Nee... Äh... 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 Tragosso. Äh... Wasserenergie. Jetzt setzen wir ihn wieder sein und setzen hier mal ne... Pflanzenenergie. Bam. Schaden. Tot. Erster Preis. Drang. Uh, Nocturne. Schlecht. Ganz schlecht. Pflanzenenergie auf Nidoran. Entwickeln zu Nidorino. Durch Trank. Heilend. Angriff mit Doppelkick. Komm. Nee. Schlecht. Das tut weh. Wasserenergie auf Nidoran. Angriff mit Hornboar. Ich weiß nicht, welche Schwäche das Ding hätte. Nicht meine. Au, au, au. Was war das? Plus Power. Das brauche ich nicht. Das brauche ich aber... Vieles nicht. Wasserenergie. Auswahl. Und Klingler-Auswahl. Ich hätte gerne noch ein Professor. Eich glaube ich. Oder ein Trank. 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 Also Eich. Detektor. Oder... Uh, dann Defender. Kriege ich nächste Runde keinen Schaden. Nächste. Defender. Setz mal Defender ein. So. Angriff mit Hornboar. Das heißt. Nächste Runde kriege ich schon mal keinen Schaden. Das heißt... Außer über 20. Aber das schafft das Ding nicht. Was auch immer das gerade gewachsen ist. Heule. Ich dürfte trotzdem vorbei sein. Bill. Ich setze noch Kangama ins Spiel. Und... Pflanzenenergie auf Kangama. Angriff mit... Ne. Plus Power. Angriff mit Hornboar. Letztes Mal bitte, als es vorbei ist. 90. Und Entscheidung. Sieg. Schön. Gwana. Okay. Mittelmäßig. Windhauch. Mittelmäßig. Juli. Mittelmäßig. Kleinstein. Energiesuche. Geil. Blitzahndorf. Galapadorf. Osanadorf. Georock. Das kann ich tauschen. Energiesuche. Geil. Okay. Lauf. 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 Was zur... Nein, nein! Nicht Krabbi. Okay. Wieder zu schnell geklickt. Fertig. Gut, erfolglos. So. Auf Wiedersehen. Schön. Down. Neue Handkarte für mich. Schön, genau die brauchte ich. Wenn ich auch noch drankomme. Ja, kann ich auch. Ganz im Ernst? Nö. Ist halt mir beide so egal. Dich auf D. Energie-Super-Spiel. Pflanzen-Energie. Ähm. Angriff mit gefährlichem Horn. Bitte sag mir, dass du... Ach, schade. Weitere Pflanzen-Energie. Entwicklung zu Nidorino. Angriff mit Doppelklick. Null. Das war auch irgendwie klar. Dass es kein Doppelklick gibt. Das war ein Bell. Masse-Energie auf Nidorino. Ich bin alle nicht mehr. Tron-Bohr-Radar. Verheiler bringt mir gar nichts. Uh. Böse. Böse. Das war's. Schade. Und nochmal eine Runde spielen. Ja, das Deck ist halt noch nicht annähernd so, wie ich's haben will. Wie man auch sieht. Wenn ein Evoli zu spielen zu müssen, ist schon erbärmlichst. Nicht anfangen zu dürfen, ist genauso schlimm. Nicht viermal Bill und viermal Professor Eich zu haben, die ich dringend brauche, ist genauso schlimm. Geheule. Also so. So, Nidoran, schön. Ab ins Spiel. Erstmal spielen Pokémon. Und zwar hätte ich gern noch einen... ...Kangama. Und nun Wasser-Energie auf Evoli. Damit ich mit Schwanzschlag angreifen kann. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir auch. Schön. Schön. Und die Pflanzen-Energie auf Evoli. Und die Entwicklung zur Aquana auf Evoli. So, greifen wir mal den Ruckzuck-Keeper an. Knorga ist auch ziemlich fies. Den hab ich früher in meinem richtigen Deck damals noch mitgespielt. Weil der kann halt wirklich bis zu 60 Schaden machen. Das ist immer schon fies gewesen. Und wird immer fies sein. Das war auf Dich. 30 Schaden. Das ist auch nicht schlecht. Das ist sogar sehr gut. So. Erstmal spielen wir einen Trank. Dann würde ich gerne mal Aquana überprüfen. Da brauche ich zwei Wasser für. Berat mir Nidorin mal vor. Könnte ja der unwahrscheinliche Fall kommen, dass mir Nidorino in die Hände fällt. Oh, da hat noch ein Georock in der Hand. Das Georock, das stört mich irgendwie sehr. Das Georock stört mich sehr, sehr, sehr. Okay, ein Trank. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Wenn der jetzt einen Geowatz aus dem Ärmel zieht, kriegt er eine Rappe. Okay, Nidorin. Der hat einen hier genutzt. Damit ist Nidorin gerüstet. Kein Schein. Autsch. So. Die Wasserenergie hätte ich gerne auf 4. So, bitte trifft, bitte trifft, bitte trifft. Ach, verdammt. Naja, jetzt spiele ich aber noch ein Bill. 40, ja das war's damit. Und damit war's das auch damit. Okay. Ja, gegen den hab ich noch keine Chance. Los. 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 Los.